Wie heißt dieser Junge? Dieser Junge heißt Michael. Wie heißt dieses Mädchen? Dieses Mädchen heißt Michaela. Wie heißt dieser Junge? Dieser Junge heißt Martin. Wie heißt dieses Mädchen? Dieses Mädchen heißt Martina. Wie heißt dieser Junge? Dieser Junge heißt Julian. Wie heißt dieses Mädchen? Dieses Mädchen heißt Julia. Wie heißt dieser Junge? Dieser Junge heißt Stefan. Wie heißt dieses Mädchen? Dieses Mädchen heißt Stefanie. Wie heißt dieser Junge? Dieser Junge heißt Alexander. Wie heißt dieses Mädchen? Dieses Mädchen heißt Alexandra. Wie heißt dieser Junge? Dieser Junge heißt Christian. Wie heißt dieses Mädchen? Dieses Mädchen heißt Christina. Wie heißt dieser Junge? Dieser Junge heißt Anton. Wie heißt dieses Mädchen? Dieses Mädchen heißt Antonia. Wie heißt dieser Junge? Dieser Junge heißt Karl. Wie heißt dieses Mädchen? Dieses Mädchen heißt Carla. Wie heißt dieser Junge? Dieser Junge heißt Peter. Wie heißt dieses Mädchen? Dieses Mädchen heißt Petra. Wie heißt dieser Junge? Dieser Junge heißt Paul Wie heißt dieses Mädchen? Dieses Mädchen heißt Paula